Bautagebuch 25.07.2024, das war am Morgen hier, da habe ich gesagt, Mensch gib mal die Latte her, hier, danke, hier baue ich nämlich erst mal eine LTE 5G Antenne auf, ja, also wir haben ja ganz schlechten Empfang hier und da habe ich gedacht, Mensch, los, heute nehme ich mal die kleine Antenne und knalle die hier an so eine Dachlatte dran, das ging erst mal ein bisschen schief und dann habe ich einfach gesagt, los, machen wir einfach eine kleine Schlaufe und hängt das hier in der Luft. Der Empfang ist ja wirklich eine Katastrophe, da bist du ja, hier hast du eh Balken und wenn hier mit der Antenne hier nach oben, ich habe das dann noch später getestet, hatte ich da wenigstens zwei Balken und konnte somit heute besser live streamen. Ich bin jetzt wirklich in der Überlegung, ob ich dann vielleicht doch mal eine Richtfunkantenne besorge und die mit längerem Kabel ordentlich ausrichtet, dass ich hier ordentlich Livestreams aus Halle für euch, nicht für mich, für euch übertragen kann. Und darum bitte ich auch um eine kleine Spende, der Spenden-Button ist in der Videobeschreibung oder irgendwo mit verlinkt, eine kleine Spende, dass ich mir eine schöne Richtfunkantenne kaufen kann, würde ich mich sehr freuen. Das ist nämlich mein kleiner Livestream-Cover, hier sieht das Kabel, das geht jetzt hier hoch, da hat ich mich gefreut, da hat gesagt, Mensch, so eine Technik habe ich noch nie gesehen. Und hier, das ist der Ruder, mit dem Ruder bin ich auch nicht so zufrieden, da kannst du zwei SIM-Karten reinstecken, das ist eigentlich geil. Ja, auf jeden Fall bin ich dann wieder meine Ecke runter und habe festgestellt, dass der Livestream wirklich funktionierte, habt ihr heute gesehen. Ja, dann später kam Jürgen an, da hat er eine Kiste mitgebracht, da ist da was in der Kiste drin, da hat er irgend so ein Lüfter, da ist der Herr vom Dachdecker einkauft, da unten steht der Jürgen, da fährt heute mal Kran, ohne Helm, da habe ich gesagt, Jürgen, das darf er nicht noch mal machen. Aber hat er roh mit, da zieht er es roh, jetzt hätte er es roh, ja, und das haben wir dann, den Lüfter haben wir dann hier irgendwie, ja, da war dann oben und dann haben wir ihn irgendwie ausgepackt und dann haben wir gesehen, Mensch, hier, das ist auch schön an der Zittfarben. Aber was eben der Nachteil ist, die haben eigentlich kein Wasserfalz dran gemacht, die wissen, so ein Ding muss ins Dach eingebaut werden, da gehört ein Wasserfalz dran, also die denken nicht mit. Ja, auf jeden Fall hat dann der Darek und der Justin hier, die haben dann hier oben die Plane gezogen, haben dann hier das Firstgelumpe drauf, ich habe mit Jürgen dann den Lüfter mal reingesteckt, so, los, wir stecken mal den Lüfter hier rein und dann haben wir wieder rüber geguckt und dann hat der Darek hier schon wieder so eine Bahn gezogen, so, Mensch, lach nicht hier mal fest, wenn eine Windböche kommt, da fließt sie davon damit, ja, und der sagt, ja, das hält, heute nix Wind kommen, heute nix Wind kommen, so, warte ab. Ja, dann war auch schon Mittag und da gab es schöne Wiener Würstchen von der Fleischerei Mauf, die hat der Christian wieder mitgebracht hier, da haben wir gleich eine Zange hier von der Firma Fenrich hier, originale Zange, eine Wiener Zange ist das, die ist extra von Wiener gedacht, okay, kannst du schön hier die Wiener rauszwirpseln und, 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 und da, naja, ich sage jetzt nicht, wer es war, und auf jeden Fall lag die Wiener unten. Und da haben wir gesagt, beruf, die waschen wir ein bisschen ab, kannst du trotzdem noch essen. Da gab es natürlich wieder fetten Bautzer Senf dazu hier, äh, naja, Ketchup für die Kinder und die Erwachsenen essen hier Senf, ich habe hier den scharfen Senf gegessen, na, ich esse mal gerne hier den Bautzer, den scharfen hier, na gut, der blau, der ist auch okay, aber der scharfe ist schon besser, naja, der brennt schön. Ich hatte heute noch andere Videos gemacht, aber leider habe ich, äh, in der Schieferkehle, das ist eine Tabasco-Sauce, und habe die Kamera leider vergessen im Wohnwagen. Ja, dann war ich aber beim Karl gucken, äh, meine Schieferbein sind leider heute nicht mehr drauf, ich hatte extra hier heute schön gefilmt, und, äh, ich dachte, na gut, der Film ist schon mal Karl von Nahen, äh, ich habe auch Krachen, bin da rausgezogen heute, und habe extra alles dokumentiert, und wollte das jetzt hier mit einbinden in das Bautorbuch, leider ist es im Wohnwagen, und ich bin jetzt in Kolditz, egal. Also, ein paar Schieferarbeiten von Karl, ihr seht, wie Karl hier arbeitet, der macht auch Krachengebinde, äh, macht's ganz gut, naja, es wird, äh, er ist auch noch jung, und da war schon mal oben gucken, da habe ich gesehen, hier, Mensch, hier, da habe ich mal die Dachbappe angehoben, oh, hier ist schon eine Lüftung drunter, und da habe ich mich auch ein bisschen gefreut, und, ja, da war dann auch, ja, da habe ich den Karl noch gewummt, gesagt, tschüssi, mach's gut, tschüssi, und, ja, da war ich auch schon auf der Eidebahn, bin der Helme gezwirpselt, und, äh, ja, weil ich bin dann erst nächste Woche wieder da, äh, Karl und, äh, Darek machen morgen noch was, und ich bin derweilig schön auf der Eidebahn gefahren, Leute, äh, wenn euch die Videos gefallen, guckt doch mal in die Livestreams rein, dann drückt doch mal auf den Spendenbutton, drückt auf den Spendenbutton, damit wir uns fette Roste holen können, Steaks, und vor allen Dingen Bier, und ich danke vor allen Dingen allen, die mir jetzt schon, äh, gespendet haben, die Woche kamen ja viele Spenden rein, äh, Paypal-Spenden, ich danke euch dafür, wirklich, äh, seid die Besten, seid die Größten, ich danke euch wie verrückt, hä? Also, wie gesagt, am Montag fahre ich ein neues Skifahrtag angucken, äh, was jetzt und demnächst folgt nach der Baustelle, und ich werde dann auch, äh, am Dienstag wieder Livestreamen von, äh, der Baustelle in Halle, und ansonsten bin ich jetzt eigentlich, äh, gleich zu Hause gewesen, da haben wir noch einen Grill angeschmissen, da bekommst du mal schöne Steaks und Roster, die seht ihr jetzt gleich, jetzt seht ihr sie, und leckere Sachen, Thüringer Roster, naja, und das war's für heute. Schade, dass die Skifahr beiden von mir nicht mit dabei sind, aber egal, ich wünsche euch einen schönen Abend und hab euch lieb!